Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Resident Evil 4 Remake. So meine lieben Leute, wir haben ja die zwei Köpfe-Statuen gefunden. Wie es da weiter geht, lasst einen fetten Like da und fetten Abo da und los geht's. Wenn ihr was hört, dieses Rauschen oder dieses Playstation von hier, wobei ich tut mir leid, weil ich kann das leider nicht ändern. Dann hört ihr mich da nicht, das ist das Problem. Oh, scheiße. So. So, wir haben die zwei Köpfe gefunden. Kirchenbesignier. Condor One an Basis. Habt den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja, reden wir später. Ich mach mich auf. Condor One Ende. So. Wie soll ich denn bitte schnell hingehen? Zur Kirche. Ja, wie soll ich denn da hingehen? Na, da kann ich nicht. Ja, da kann ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das eigentlich? Das ist das erste Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Es gibt nur eine Regel. Schieß auf die Schießscheiben. Ach so, Schießstand. Nee, aber ich habe keinen Bock dazu. Wenn du dich einigermaßen anstellst. Warum tust du dir nicht was Gutes? Okay, gespeichert. Was ist jetzt los? Ach, komm schon. Oh, scheiße. Nein. Oh, nein. Jesus Christ. Verdammt, bist du ein großer Junge. Oh, nein. Okay, okay, okay. 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 Shit, das war knapp. Scheiße, das war knapp. Scheiße. Okay. 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 Ja. Alles weg. Und Num 가자. Das war's. So gefällt mir das. Guter Junge. So gefällt mir das. 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 Ja, gebe ich dir recht, Wien. Hallo, Fremd, willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ein hervorragender Deal, hehehe. Okay, was kann ich mir kaufen, oder Tune? Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Ah, wisst ihr was? Ich kaufe mir den Scheiß. Deine Kohle. Hoho, mit dem Ding schlägst du eine Schneise durch die Massen. Probier mal, ob's passt. Hier, wie du es haben wolltest. Wäre da... Wenn du noch was zu erledigen hast... Solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen. Was wäre wenn, richtig? Oh, warte. Du hast den Geruch des Kappels... Ach so. Hm. Hm. Danke dir, mein Freund. Danke dir, mein Freund. Da kann ich nicht, da ist ein Schatz. Wegschrein. Kirchentür. Hallo, nein, du lächst hier. Bin. Ich 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 bin. Ashley Graham? Ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Kleiner Schlüssel. Oh, ist das? Ah, ein Rätsel. Ich kapier das nicht. Ah. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Ich kapiere das nicht. Das kommt hier, das weiß ich. So richtig? Ah, jetzt weiß ich. So richtig? So richtig? So richtig? So richtig? So weiter? So richtig? Ja, die ist wahrscheinlich hier. Hey, hallo? Beruhig dich. Leon. Befehl des Präsidenten. Na toll. Hey, ist gefährlich draußen. Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Die Schäflern entkommen. Bringt ihren Seelen. Oh. Unterscheid obten. Emmanuel. Bewkerin. Bewkerin. Super. so ist es also passiert so meine lieben leute hier mache ich jetzt mal einen cut wenn euch das video gefallen hat lasst ein abo lasst ein like da da würde ich mir sagen oder war tschau bis dann euer den yakuza tschüss